Für wen kreie ein Colleges des Sandik in den Pachtvertrag? Daher wird ein Kontratipp ausgeschafft und ein Däget und ein Colleges des Sandik geschickt. Das ist ein Kontratipp und er muss nicht geholt gehen. Das muss in Europa sein, weil da stehen alle guten Sachen dran, die das Gesetz vorgesehen, die müssen an einem Pachtvertrag, an einem Gewaltpachtvertrag steuern kommen. Wenn ein Colleges des Sandik einen Pachtvertrag selbst schreibt, muss man aufpassen, dass alle guten, die legalen Klauseln, die müssen daran kommen, dass sie daran kommen, sonst läuft das Gefolge, dass der Vertrag vom Minister nicht eröffnet wird.